Möchten Sie die Stromteilerregel richtig verstehen und ein für allemal im Kopf behalten, dann sind Sie hier im richtigen Video angekommen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Elektrotechnik Rezepte. Es waren einmal acht Wichtel, die waren gemeinsam unterwegs, zurück in ihr Heimatdorf. Schließlich kamen Sie an eine Weggabelung. Auf dem einen Schild stand, schwieriger Weg. Der Weg ist unübersichtlich, es geht über hohe finstere Berge und es wird richtig kalt und zu essen gibt es auch nichts unterwegs. Auf dem anderen Schild stand, einfacher Weg. Der Weg ist befestigt und ohne Anstiege, die Aussicht ist richtig schön, es wird richtig warm und unterwegs gibt es auch richtig gute Gasthäuser. Da sagten fünf der Wichtel ganz spontan, oh, wir nehmen natürlich den einfachen Weg, wir möchten nämlich schnell wieder zu Hause ankommen. Aber drei von ihnen wählten den schwierigeren Weg, weil ihnen der einfache Weg einfach zu langweilig war. So gingen alle ihres Weges und trafen sich schließlich nach einer Zeit wieder an dem Ort, wo beide Wege zusammentrafen. Sie wanderten weiter und kamen wieder an eine Weggabelung. Auf dem einen Schild stand, sehr schwieriger Weg. Der Weg ist extrem unübersichtlich, es geht über hohe finstere Berge, es wird richtig richtig kalt, zu essen gibt es nichts und es gibt gefährliche Drachen unterwegs, die beliebig ungemütlich werden können. Auf dem anderen Schild stand wieder einfacher Weg. Da war der Fall ganz klar und sieben der Wichtel nahmen den einfachen Weg. Nur einer von ihnen wählte den sehr schwierigen Weg durch die gefährlichen Berge, weil er die Challenge und das Abenteuer liebte. So gingen alle ihres Weges und trafen schließlich wieder an dem Ort zusammen, wo beide Wege zusammentrafen. Sie wanderten weiter und kamen wieder an eine Weggabelung. Auf dem einen Schild stand jetzt völlig unbegehbarer Weg. Lavaströme fließen durch die Schluchten und da kommt keiner Leben drüber. Auf dem anderen Schild stand wieder einfacher Weg. Und so gingen in diesem Fall alle acht Wichtel gemeinsam den einfachen Weg und erreichten schließlich ihr Zuhause. Bei dieser Geschichte konnten wir also sehen, je schwieriger der rechte Weg gewesen war, umso mehr wurde der linke, also der einfache Weg beschritten. In Analogie zur Stromteilerregel drücken wir das daher jetzt so aus. I einfach ist gleich I gesamt mal R schwierig dividiert durch R schwierig plus R einfach. I einfach ist die Anzahl Wichtel, die den einfachen Weg gehen, also den linken Weg in unserer Geschichte. I gesamt ist die Anzahl Wichtel, die gemeinsam an die Verzweigung gekommen sind. Und R schwierig sei der Schwierigkeitsgrad des schwierigeren Weges, also des rechten Weges. Wir hatten ja eben gesehen, dass je schwieriger der rechte Weg ist, umso mehr wird der linke Weg begangen werden. Deswegen steht hier R schwierig im Zähler. Je größer R schwierig ist, also je schwieriger der rechte Weg ist, umso mehr Wichtel laufen auf dem entgegengesetzten Weg entlang, also links hier in unserem Beispiel. Wir haben hier also eine umgekehrte Proportionalität. Das gilt nicht nur für diese Wichtel in der Geschichte, sondern auch im echten Leben mit geladenen Teilchen. Deswegen lautet die Stromteilerregel I1 gleich I gesamt mal R2 geteilt durch R2 plus R1. Auch hier haben wir die umgekehrte Proportionalität. Das bedeutet, je größer der Widerstand R2 ist, umso größer ist der Stromfluss im gegenüberliegenden Zweig. Also umso größer ist der Strom I1. Es gibt noch eine andere Version der Stromteilerregel, die sich natürlich aus dieser Stromteilerregel hier ableitet. Sie lautet I1 durch I2 gleich R2 dividiert durch R1. Diese Variante, ich nenne sie mal Variante 2, nimmt man immer dann, wenn kein ankommender Gesamtstrom I gesamt gegeben ist. Auch bei Variante 2 der Stromteilerregel sehen Sie die umgekehrte Proportionalität. Je größer der Widerstand in dem einen Zweig ist, umso größer ist der Strom im gegenüberliegenden Zweig. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit etwas weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns einmal wieder bei einem anderen Video. Bis dann wünsche ich Ihnen alles Gute und Tschüss!